Wo die Paaren heut' sich weh'n und in der Ausland gegeben und in die Karte le rock'n und wie alles da an uns hock'n da im Spanner auch da sind wir Spanner aus der Ausland auch hier und hier Jawoll! Moin Mädels, moin Jungs! Ich bin grad auf Tournee mit Electric Hallway Das ist Daniel von Electric Hallway Sag doch mal wer du bist Ich bin der Daniel von Electric Hallway Ja, was machst du denn so bei Electric Hallway? Die Tafel spielen und die Produzentenaufgabe übernehmen Song schreiben, instrumentale schreiben, Musik machen Musik machen Ja, das sehen wir jetzt Wär' geil fürs Intro Ist ne geile Melodie, ne? Das brauchen wir jetzt, das nehmen wir jetzt auf direkt Und dann speeden wir das ab Erstens, hau'n nochmal bitte Nee, den Wenn der Kalle nicht hier wäre Würde ich sagen Könnte auch ein Eskimo-Hit werden Ja Aber machen wir ja gerne Kannst du nochmal abspielen, einfach für die Fans? Cool Ja, wir sind grad noch in Äh, wo sind wir hier? Hannover sind wir gerade Aber, wir beide haben was vor zusammen Was haben wir vor? Wir machen Musik Wir machen weiter Da wo wir mit Kastro Spanner aufgehört haben Ja, wir haben gedacht Das Ding ist so gut eingeschlagen Hat so Spaß gemacht auch zu produzieren Tatsächlich, ne? Dass wir jetzt gemeinsame Sachen machen Ein kleine Plättchen, ne? So ne EP, paar Songs Wann, wissen wir noch nicht genau Aber, äh, wir sind schon am ersten Song dran Der Daniel, der ist natürlich auf Tour auch schon aktiv Ja, ich hab schon mal gebaut Und ich würde sagen, wir können mal reinhauen Ja Das klingt ja wunderbar Ja super, geil Also, ne? Wenn ihr mehr wollt Dann bleibt einfach dran Sollen wir gehen? Ja Ciao Ja 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 Ja